Den kann man einfach nach oben und den kann man einfach so eine 1 Stunden Zeit machen. Oh, High Bomb. Ich komm hier grad nicht. Ah, da hast du die Treppleiter. Äh, ich dachte mal, dass die Wände, ne? Jupp. Let's go. So. Molly. Oh, ne, jetzt hab ich's gesagt. Jetzt. Du bist die Überraschung weg. Du wolltest mich wieder mit Feuer überraschen, wa? Ja, eigentlich schon. Kommt alle her. Ihr habt doch echt keine Rechte. Aka, 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 Aka. Und mit der Aka schießt, ne? Das hört sich wirklich wie Aka, 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 Aka an. Jetzt kommen die alle, ne? Jetzt kommen die. Bam. Oh, ich bin runtergefallen. Nicht so gut. Ich fand die Aktion bei Mercy Hospital auf dem Krankenhaus so geil. Boah, ich bin so professionell. Wir haben jetzt noch kein Leben verloren. Und du, in dem Moment, Bats. Oh, fuck, ich bin eben runtergefallen. Oh, Mann. Ich kann auch nix dafür, dass ich unfähig bin. Oh, hier ist ein Verbandskasten. Äh, kommt irgendwo ein Tank. Ich hab keine Ahnung. Oh, mein Gott. Wir sind auf jeden Fall nicht gut dran, dass wir in einem Raum sind. Ich werde mir den Bespolschläger verkloppen, Bespolschläger verkloppen und er ist down. Ich sehe überhaupt nix mehr. Ich in Bratpfanne. Ich auch nicht. Es ist einfach zu dunkel und zu viel Blut. Blut. Ich mag Blut. Ich auch. Äh, Alter. Nicht gut. Ich werde gerade... Ja, da wollte ich besteigen. Da wollte ich den Finger in den Arsch. Ja, Finger da weg. Ich lass es. Ich weiß schon, wie die Folgentitelüberschrift für den Part ist, ey. Haha, ich hab Angst. Finger im Po, Mexiko, Marisa, Tebe, oder so. Ey, du bist ja schon voll weit hinaus, voraus. Sollte ich wieder nicht machen, sonst sterbe ich wieder. Ach, da hab ich du. Ja, jee. Hallo. Was für deine Bratpfanne in der Hand. Ja. Warte, 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 warte. Auf den Arsch. Auf den Arsch. Komm. Ich stehe ja voll raus. Oh, komm, komm. Oh, komm, 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 komm. Ja, komm, ja, ja. Komm, 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 ja, 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 ja. Hahaha. Oh. Herrlich. Äh, wir müssen irgendwo hoch. Hm. Was ist denn mit der Schutzraum? Das ist ja keine Ahnung mehr. Das ist ja... Ich... Ich... Oh, okay. Ich hab... Ich verstehe voll und ganz, was du von mir möchtest. Ich, ich, ich... Geh davon aus. Ah, hier geht's raus. Gut. Kommt alle her. Oh, jetzt wollte ich mich aus meiner Schiff drin nehmen. Oh, da ist ein Molly. Ey, da ist Molly, Molly, Molly für dich, Molly für dich. Warte, ich brenne. Wie immer. Ja, Wase muss heilen und du stehst im Feuer. Ja, geil. Hahaha. Da steht ein Molly extra für dich. Welch extra für dich auch ganz viel hat. Ach, danke schön. Danke schön. Bitte schön. Hahaha. Holy fuck, ich schütt. Das sind viel zu viele. Holy fuck. Ich brenne, säure, keine Ahnung, was gleich noch kommt, aber es... Äh, ich hab gerade keine Ahnung, wo ich nicht schieß, weil ich nur schwarz hier. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich auch nicht. Doch, ich seh dich. Hallo, jeppe. Da. Kommst du nicht nachher in der Fresse von mir? Ich fühl mich gerade wie ein Slenderman. Slenderman, vor allem das Spiel heißt Slenderman. Hä? Ach, da hinten. Geh weg, Zombie. Ich seh dich nicht. Es ist komplett dunkel hier. Ey, hier ist eine Toilette. Ich muss bei ihm kacken. Kann man die Tür zum... Was? Hallo? Jetzt kommen wir deutlich beim Kacken zu. Doch. Oh. Ich muss analysieren. Setz dich mal dahin. Ich möchte noch wissen, wie das aussieht. Also einfach in dem Moment so hinhocken. Ich doch. Ach, schade. Das ist... Okay. Reform-Klone. Ja. Warte. Warte, kann man da nicht... Doch. Hi. Oh, du siehst... Du kniest auch so schön breitbeinig. Nein, Seppe. Kein Wolli. Seppe, nein. Seppe, aus. Aus. Nein, jetzt provoziere es nicht. Ey, Alter. Seppe. Nein. Nein. Hinter dir. Alter. Oh. Oh, ich hab an deinem Kopf herbeigehoben. Alter. Lass mich auf die Toilette. Nein. Komm herauf. Mach die Tür zu. Sex auf der Toilette. Ich wollte eigentlich gegen deinen Kopf werfen. Ich wusste, dass du dir wirfst, Mann. So, weiter. Ich glaub, da hängst du mich auch der Schutzraum. Äh. Ich bin der Molotow, Sepp. Kommt doch ran. Ich hab den durch die Wanddack geschossen. Ich bin einfach nur auf den Köpfen gesprungen. Wow. Ich bin grad fasziniert. Von. Zombies. Zombies. Alter, spritzt da viele Körperteile. Gut, jetzt kommen wir wieder rein. Ey, hier liegt ein Arm. Baseball. Oh, jetzt ist er. Oh, jetzt ist er weg. Alter, ich hab dem voll das Gesicht weggeschossen. Okay, ich komm rein. Kommst du? Meine W-Taste klemmt. Nicht dein Herz. Nö, ist auch nicht mein Ernst. Ich komm. Jetzt mich. Aber jetzt kommen noch alle mal rein. Kamera. Lass mich. Rein. Ich will dir doch nur was essen machen. Jetzt wird er noch reingekotzt. Oh ey, du schießt mich auf den letzten Platz bei Al. Ja, wollte ich grad auch sagen. Ich freu mich. Ach, herrlich, herrlich. So. Ah, Alois hat die meisten Witchschaden gemacht. Nee, Francis. Ich bin sogar Zweiter. Oh. Geht's jetzt weiter? Jep. Okay. Ich find das voll geil hier. Die Schriften, die hier an der Wand sind. Was sind denn da für Schriften? All dead there around, they just pull back and swag and YOLO. Akuna Matata. So. Ja, wir sind jetzt in der dritten Mission. Es fehlen noch zwei Stück. Ach ja, bist du bereit? Alles klar. Natürlich. Oh, der hat chillt ein bisschen. Kopf weg. Oder auch nicht. Kopf weg. Ich möchte mal so richtig den Kopf wegfetzen. Warte, ich brauch einen Zombie. Wo sind die? Wo sind die? Die, wenn man sie möchte. Wo man Verlangen nach ihnen hat. Da neben dir. Und zwar jetzt. Mann. Guck mal jetzt. Bam. Der hat wohl kein Kopf mehr. Der ist kopflos. Ja, so kopflos. Der ist so kopflos. Ja, so kopflos. Boah, nimm das auf. Ich kauf die Single. Das wird ein Liebeslied. Das wird dein neues Frey. So, ich hab jetzt irgendeine Shotgun. Oder so. Ich hab noch nie Counter-Strike gespielt. Echt? Echt? Ja, ist eigentlich ganz nett. Daraus sind ja alle anderen Shooter sozusagen entstanden. Ja. Und das macht schon Spaß mit Kollegen. Ich hab... Oder Kolleginnen. Ich hab meine 2 Tage Testversion bekommen, aber ich hab leider keine Zeit gehabt, das zu spielen. Nein, keine Sniper mehr. Das hält mich nur in den Krankenhaus und das ist scheiße. Was? Äh, wieso hast du so wenig Leben? Ich hab keine Ahnung. Du hast so wenig Leben. Ich muss dich übertatschen. Wir haben dich, Freiille- ожrig. Gib, 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 Gib. Wo bist du? Wenn ich jetzt runterspringe, bin ich dann tot? Jeb. Wo bist du? Alter! Ich! Du drück! Kommh ey, ey. Hast du jetzt oben dein Medikit liegen gelassen? Ich hab gar nix... Ich hab gar keinen Medikit gehabt. Ach so, um? W Earlier nicht? Oh doch. Ja, ich hab nix gesagt. Wo lieg'n der Medikit? Das war sowas von klar, ne? Bumm! Es war sowas von klar, dass du das tust. Ja, tut mir leid. Ab jetzt tue ich nix mehr. Du magst wohl Explosionen, du meinst Kompositionen. Kennst du das aus Spongebob? Nein. Nein. Dann muss ich dir das irgendwann mal zeigen, weil das ist voll cool. Okay. So, da hoch. Irgendwie kenne ich jede Kampagne in- und auswendig. Das will ich mal gar nicht. Ja, aber besser als wenn keiner was kennt und wir einfach wie so'n Sepp durch die Gegend laufen und nix können. So wie ein Sepp? Das hört sich so an wie so ein Sepp. So, 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 Depp, Sepp. Schließe? Boah, boah. Jetzt bin ich beleidigt. Nur jetzt geh' ich auf. Raus. Hier doch nicht. Da Rocktown ist offline. Nein, das soll ja lieb gemeint sein, Mensch. Ja, ja, ich weiß. Voll in die Vagina. Vor allem, wenn man den in die Vagina schießt, ne? Dann hat die auf einmal so'n Loch da. Oha. Ich werd' gerade vergewaltigt. Ich weiß nicht, wo lang. Die, die folgen mir hier wieso, keine Ahnung. Ich glaub' hier geht's lang, oder? Ja, hier ist nämlich irgendwo ein Smoker, der packt mich gleich. Ach. Ich brauch' euch. Ich brauch' euch. Da oben. Ja, ich bin... Ich muss den Smoker aufpassen. Ich muss den Smoker, ah! Geh' mal beiseite! Einfach random. Ähm... Okay, ich muss ganz nah an Körperteile. So wie geht man jedes Problem. Miuuuum! Körperteile-Party! Voll ne, kann man auch immer so schön drin stehen und dann einfach... Boah. Aufpassen, Boomer. Kommt her. Langsam werd' ich echt aggressiv. Langsam werd' ich rapsig, ey. Wo ist der, Wichser? Ah. Ah, ich hab' nicht gesehen. Oh fuck. Ich sterbe gleich. Einfach random reinschlagen. Waaaah! 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 Äh, ein Jockey hat mich. Ich werde grad vergewaltigt. Scheiße, wo bist du? Na? Waaaah! 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 Waaah! Du bist ein Held. Oh, das tut echt weh. Es tut echt weh. Oh, dieainschiegeallnen. Die sch... aber es heißt ja nichts negatives was war das ich glaube es kommt ein tank an der es war ein charger zu dem zeitpunkt ja auch immer ein tank aber ein spitzere ich kann meine waffe nicht mehr wechseln doch jetzt bohr alter die waffe hauts echt rein dieser shotgun ist echt fett ich brauch zombies da ist einer hammer bill bist du bill ja du bist ja verdammt bill mann oh jetzt sind wir im haus machen party in dem haus geh mal kurz beiseite das lohnt sich nicht das lohnt sich nicht kein molly noch nicht jetzt das lohnt sich doch nicht ich hab mir voll den schritt weggeschossen achtet mal da hat er nur noch einen knochen rum hängen oder so was geht denn hier draußen ab party hier gibt's waffen hier gibt's waffen oha ja und ich krieg dann alte shotgun an wie war das äh hier gibt's jetzt ganz viele räume oh guck mal wo bist denn du guck mal hier er läuft da mit so einem ding rum irgendwo ist ein smoker hä muss man jetzt hier nicht in die event starten das geht doch noch irgendwo nach oben glaube ich das teil hat noch eine etage was ich hab die witch aaaa ich hab die witch mach die witch tot die ist hinter mir her alter alter adieu wow fuck die ding dong nein ich dachte ich konnte hier noch in kommen ey oh mein gott ich liebe dich ich möchte doch auch ich wollte nicht sterben ich fühl mich beschissen ich fühl mich auch ich höre ich hab grad auch gehört dachte ich mir dann so yo ich fühl mich bin ich bin gut gelaunt dabei wird auch bleiben wenn die sind es geroo Entschuldigung hier nicht wehren so ich steig mich mal ne ah stimmt hier kommt der Friedhof ja hier ist der Friedhof hier starten wir gleich ein Event ok richtig geil Mal wieder ein Event. Man kennt ja nicht schon tausend... Hammer, das ist echt... das ist... Ja, ich weiß, es geht langsam nicht mehr, aber... Es muss einfach rauskommen, ne? Ja, ich muss einfach rauslassen. Entschuldigung, ich kann auch nichts hier. Irgendwo ist schon wieder nur Witch. Weißt du, das ist auch... Ich kann es einfach nicht. Ich kann es hier. Wo ist die Witch? Wo ist die? Ah, die ist hier. Da drinnen. Hä? Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ah, da! Scheiße! Fuck! Okay, ich guck mal, ob es hier Medikits gibt. Stirb du Bitch, mit weh. Guck mal, die ist voll die scheiß Bitchy. Scheiße, hier liegt nirgendwo mehr Medikit. Immer diese Menschen mit Verfolgungsgefühl und den ganzen Scheiß. Okay, hier gibt's auf jeden Fall kein Medikit mehr. Die ist mir zu doof. Ich will nicht von da angesprungen werden. Ähm, wo campen wir? Jagdgewehr. Ja. Das war jetzt irgendwie keine Antwort auf deine Frage. Äh, ich starte einfach mal, ne? Ich hab gestartet. Ja. Ja. Ja.